Das ist richtig scheiße. Oh mein Gott. Wie soll ich das jetzt am besten machen? Dynamit? Das war vielleicht ein Fehler. Vor allem den... Ja. Weil... Alles... In die Luft gibt. Ich glaube, ich sollte vielleicht... Komm. Die Advanced Physics ausschalten. Dann geht das Ganze auch etwas besser und flüssiger. Ach, verdammt. Hallo? Von wo werde ich abgeschossen? Hm. Links! Ach, da oben. Oder? Nein, das war das falsche. Scheiße! Nein, 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 nein. Bitte nicht sterben. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Schön. Ich schieße. Ich schieße doch sowieso auf mich. Hier wird das noch nicht lange bleiben. Endlich. entering. Weg. So. Nachladen. Gute Nacht. Der stand da vielleicht etwas ungünstig. Komm. Hol das Zeug da raus. Schön. Sehr schön. Also können wir jetzt auch wieder auf die AK wechseln. Nein, können wir gar nicht. Komm raus. Ich habe deinen Kopf gesehen. Ich habe deinen kleinen, miesen Kopf gesehen. Nimm das! Okay, hier ist alles mögliche schon kaputt. Gut oder schlecht ist jetzt hier eine andere Frage. Hier kann man runter, möchte ich aber nicht. Gut, ich habe so gut wie keine Munition mehr für meine Lieblingswaffe. Kann ich da oben? Oh. Mann, ich bin ein Geist. Man sieht mich nicht. Vielleicht bin ich das, vielleicht auch nicht. Auf den Boden mit dir. Hallo. Ja, dann schieß mich doch einfach mal an, damit ich weiß, wo du bist. Denn ich sehe dich ja überhaupt nicht. Aha. Ja, das ist ja nett. Also da darf ich schon mal nicht durch. Super. Hier darf ich auch nicht durch. So, jetzt muss ich aber wechseln. Verdammt. Ich fühle wieder, dass die Folge unheimlich zu lang wird. Weil ich es einfach nicht gebacken kriege, hier durchzulaufen. So. Wo ist denn der letzte? Oh. Ist der nicht? Der müsste genau über mir sein. Nein! Ich hatte... Oh. 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 Also, wie soll läuft das Ding automatisch? Wieso? Nein! Wieso läuft... Wieso läuft das automatisch? Speicherpunkt. Ich möchte nicht automatisch laufen. Zum Rück zum Hauptmenty. Nein, Abbruch. Jetzt, jetzt auf. Muss ich mich noch mal da... ...durchkämpfen? Das gibt es doch nicht. Oh, ich muss mich noch mal da... Ich muss mich noch mal da... Pass mit den Gernatern auf! Pfff... Wow, 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 wow. Yeah, keine Frames zahlen mehr. Ich muss mich noch mal da... Komm her! Komm her! Nein! Okay, ich glaube, ich muss diese Advanced Physik ausstellen, denn das führt zu massiven... Oh, scheiße, scheiße, runter. Komm her! Komm her! Wo war der denn jetzt plötzlich? Aua! Das ist doch scheiße. Okay, der ist tot. Keine gute Idee. Überhaupt keine gute Idee, was ich hier mache. Oh, ne! Oh, ne! Minipack! Das war jetzt die falsche Antwort. Lauf rüber. Lauf, 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 lauf. Wo war der denn? Oh, ne! Oh, ne! Oh! 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 20 Frames. Was? Da oben ist der jetzt gewesen, ne? genau da. Nein! Nochmal! Oh! Oh! Nein! Nein! Wieso laufe ich denn jetzt? Hä? 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 Ach, Dynamit. Wie wärs damit? it Yeah, 13 frames Strings. Na? Yo. Da sieht man, wie schlecht mein PC ist. Also ich muss, tut mir leid, aber das, das geht gar nicht. Ich muss mal kurz.